Servus, Grüezi und Hallo und wir befinden uns kurz davor wieder in die Welt von Mordor einzutauchen. Ja, was gibt es an einem Sonntagnachmittag besseres als nach Mordor zu reisen? Ich setze jetzt einfach mal die Kopfhörer auf. So, da le. Und denke mal, Spiel starten. Story Modus fortsetzen und zum Zocken, da sind wir schon. Moment, da. Eine Stunde, 40 Minuten und 5% das heißt das dauert noch eine Weile. Darum einfach mal Story Modus fortsetzen und ich mache meinen Energy Drink auf. Der Hauptmann wird nie müde zu reden. Ich kenne das schon. Weitläufer, wie ist dein Name? Helgarn von Tarmast. Ungehorsam. Wird hier nicht geduldet. Meine Nase juckt. So. Vorgebirge von Udün. Die beste, die ich jage, ist in der Nähe. Das zeigt es mir immer an. Ich wollte ja das letzte Mal hier hin. Und wir können jetzt schnell reisen. Ich will da hin. Und ich wollte das jetzt das letzte Mal ja... Besiege Tugok den Wächter, um eine besondere Belohnung zu halten. Das wollte ich ja machen. Nachdem wir das denn hoffentlich irgendwann mal geschafft haben, machen wir denn das hier. Ah, aber ich wollte noch was anderes ausprobieren. Ich will mal aus dem Informationen rausquetschen. Aha. Werde ich hier entdeckt, werden sie Verstärkung holen. Das ist ja schön. Mein Informant ist Matsch. Okay. Ungut, ungut. Dann lassen wir das doch. Und gehen einfach wieder da hin. Diese Riesenviecher sind schon ein bisschen nervig. Hilfreich und nervig. Sind das hier viele Uruks? So, ich sollte hier lieber ein bisschen schleichen. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Dieses Riesenvieh macht viel Ärger. Was aber auch gut sein kann für mich, denn es schafft Ablenkung. Gar nichts. Gar nichts. So. Konfrontation. Besiege Tugok den Wächter, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Sieht ja interessant aus. Der Typ ist eine Elite, Herr Hauptmann. Ich kann heute nicht reden. Ich nehme mir auch noch ein Stück Energy Drink. Das ist immer mal meine Hand. Ich denke, das wird nicht einfach. Ich muss mich konzentrieren, um die abzuschießen. Mein letzter Pfeil. Nein, nein. Keine Verstärkung. Ich habe es nicht vor, abzuhauen. Ah, die haben Schilde. Schilde sind nicht gut. Oh, da kommt noch mehr. Ja, das weiß ich, dass sich das Schild nennt. Ja, diese kleinen... Das könnte vielleicht helfen. Das sind gerade ein bisschen viele. Das könnte schwieriger werden, als ich gehofft hätte. Ach, komm. Leertaste. Ich will hier ein bisschen... Oh, sind das verdammt normal viele. Sind das viele. Das sind einfach zu viele. Ich muss hier mal ein bisschen ausdüngen. Nein, das war nicht die Absicht. Okay, ich muss mir mal ein bisschen Heilung besorgen. Und zwar ist das da hinten. Ja, ich bin hier. Ich gehe auch nicht weg. Ich muss nur kurz ein bisschen auftanken. Komm, nimm. So, ich komme zurück. Hallo. Ich hatte leider noch nirgends was wegen diesem verdammten Schild. Oder Schildern. Komm, komm, komm. Ach, das war nicht gut. Und immer noch nicht, wie ich... Weicht auch aus. Weicht auch aus. Wie ich Informationen aus so einem Typen rausquetsche. Das finde ich einfach nicht heraus. Au, au, au. Ungut, ungut. Ich könnte... Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Vielleicht ein Reittier wäre ja nicht schlecht. Ah, schon wieder vergiftet. Ich muss irgendwas gegen das Gift hier machen können. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ja. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, ich bin so gut wie tot. Der Nahe ist kein Gegner. Komm, nimm das Ding. Ja, eigentlich wäre ich schon gegen. Ihr seid nur ein bisschen viel. Ach, du. Du schießt mit dem Gift. So, weg mit dir. Immer noch nicht tot. Dammit. Das mit dem Hinrichten muss ich definitiv öfter machen. Nein, nein, nicht der. Der da. Uh, knapp. Rennt um euer Leben. Rennt. Was, flüchten. Zeit für eine Tracht Prügel. Nicht flüchten. Du flüchtest nicht. Das lasse ich nicht zu. Schreckt sie beide nieder, wenn ihr festlacht. Niemand. Komm, lauf, lauf, lauf. Ich muss die noch holen. Ach, der haut mir ab. Komm schon. Ich habe keine Pfeile. Es ist ungut. Ja, da komme ich. Ne, also das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Der haut mir nicht ab. So nicht, mein Freund. Wir sind nicht fertig miteinander. Ja, schön. Ist mir jetzt egal. Aufgeben. Du, komm, du entkommst mir nicht. Ne, 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 ne. Komm. So. Weg mit dir. Und dann nehme ich mir noch das hier. Jetzt muss ich wieder zurück in das andere Gebiet. Was ist ausgebrochen? Ja, ich gehe gleich wieder zurück zu der Mission, aber... Das hört sich nicht gut an. Nein, hier riecht es nicht nach Blut. Dieser Urug wurde erschlagen. Ja, von mir. Und jetzt? Ach, ich wollte es noch ein bisschen üben. Und der Grabwandler kann den Tod überlisten. Ich habe den Tod schon öfter ausgetrickt, als ich Sklaven gefressen habe. Bla, 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 bla. Ich wollte jetzt eigentlich wieder den Informanten dort ausquetschen, aber der ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Der Schmied bringt doch nur an. Ne, ich wollte eigentlich die Map. Der Waffen wieder. Ja, doch, den Auftrag kann ich jetzt wieder machen. Eigentlich theoretisch. Vielleicht noch ein bisschen. Warum müssen das immer so viele sein? Und ich habe keine Pfeile mehr. Doch. Endlich. Es wurde auch Zeit. Hört jemand diesen Tag erwischt? Psst. Oh, es sind plötzlich wieder viele. Dann kommen die nur immer her. Ja, ja, heute mich nur. So, ein bisschen Übung. Ja, es ist ein bisschen viel geschlachtet. Also mehr geschlachtet, als das ich eigentlich möchte. Komm, F, Hinrichtung. Das geht nicht immer. Das ist doof. Aber manchmal geht es. Immerhin. Der Waffen, komm mal. Er ist weg. Was für ein Feigling. Ach, leer. Ah. Ich sehe dich. Ah, Leertaste muss ich drücken. Ähm. Ich wollte über einen bestimmten Hauptmann. Ach, komm. Ich glaube, das wäre der hier, den wir da vorher hatten. Nee. Das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Bitte. So, Informationen sammeln. Gronkh. Graugschlecht. Das ist... Der sieht doch eigentlich so aus. Ich frage mich, gegen wen wir vorher gekämpft haben. Na gut. Also jetzt möchte ich über den Infos haben. Hm. Na gut. Du hilfst mir anscheinend nix. Ein Mörder ist unterwegs. Ja. Dem ist so. Aber dann versuche ich es jetzt mal mit... Oh. Ungut. Ich wollte eigentlich sagen, ich versuche es mal mit richtigen Informationen. Jetzt muss ich erstmal alle anderen hier ausschalten. Nein, nicht den. Alle anderen. Nein, nicht den. Oh, immer der Falsche wird anvisiert. Ich sollte nicht gucken, was ich drücke, sondern einfach mal ein bisschen drücken hier. Sind da zwei von denen, die ich gern hätte? Komm, einfach mal probieren. Okay, das funktioniert nicht, wenn noch mehr hier sind. Oh. Ich hätte gucken sollen, wo meine Energie ist. Das ist ungut. Und ich hätte E drücken sollen. Okay. Tja. Ist sicher nur ein schwacher Trost, aber dein Tod bedeutet meine Beförderung. Toll. Ganz toll. Wuchs, die dich getötet haben können. Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position in Saurons Armee herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht hinzu. Wunderschön. Okay. Okay, okay. Da geht so einiges ab. Der wurde auch befördert. Aha. So sieht das also aus, wenn mich einer von denen tötet. Interessant. Okay. Wenn die verlassen. Oh. Okay. Okay.